Marseille gegen Manchester City. Was ich gesagt habe, Manchester City gegen Marseille. 3 zu 2 hat Marseille gewonnen. Und jetzt hinkt bin. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Oh. Gott sei Dank. Jetzt hast du den Ball nicht geschert. Nein. Oh. 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 Ja, schön. Harvats. Wir können jetzt schon eines sagen, Verlängerung wird es keine geben. Oh ja, wird es schon noch geben. Fail. Mal sagen, das See ist ein bisschen gefallen. Die wird auch nicht abschießen lassen. Oh, das läuft nicht mit. Ja, ruhig spüren. Oh. Schön, Marcel. Was für ein Fake hier. Scheiße. Ich dachte, dass er nicht im Laufsatz ist. Glück. Ja, Marcel. Heute präsentieren sie sich stark. Und ich würde mal sagen, Fake hat sich hier gut auch in die Mannschaft integriert. Ja, ich würde mal sagen. Ich würde mal sagen. uneven. Ja, ich würde mal sagen. Zubere Karte Juhu Okay Nein Tote Gary Karte vermutlich Ja Das verstehe ich nicht, warum er jetzt nicht weitergegangen ist Schade, dass keiner mehr zum Nachschuss kommt Was gibt's denn? Alter Ja, Mario an die Latte Boah, der kommt nicht mehr ran Ja Ja, ich geht raus Weiter Ja 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 Schuss ein bisschen abgefälscht. Ah, da kommt nicht drauf. Lampard auf Kalver. Lewin. Ja, genau. Ja. Ei. Aha! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.